Liebe Olsenbandefans in Deutschland, ich freue mich sehr, dass mein Buch Meine Tage in gelben Socken auch in einer deutschen Ausgabe erscheint. Bis heute hat die Olsenbande im Osten Deutschlands unglaublich viele Fans. Und ich bin dafür sehr dankbar. Ich freue mich deshalb sehr, bald nach Deutschland zu kommen, um euch mein Buch persönlich in einer Reihe von Veranstaltungen vorzustellen. Vielen Dank, liebe Fans. Euer Benni